Heute gehen wir ins italienische Spezialitäten-Restaurant. Hier gibt es auch leckere Weine, Kuchen, Champagne, was man so möchte. Super, super. Geht mal schön die Treppe runter. Ganz schön eingerichtet. Matthias, freust du dich? Unser letzter Abend? Ich freue mich ganz sehr. Wir müssen heute entschuldigen meine Stimme, weil ich etwas heiser bin. Gestern vom Wellness-Tag war das ein bisschen ein Problem. Das ist ganz toll eingerichtet. Super, schön. Ganz toll gemacht.